Die Leute sagen, sie wollen wissen, wieso. Aber das wollen sie nicht wirklich. Hey, Jaco! Mein Vater hat mich gelehrt, mein Leben an allen anderen auszulassen. Auf der Straße kämpft jeder gegen jeden. Und wenn er das hier nicht lernt, überlebt er draußen nicht. Mein Sohn. Wird nicht so sein wie du. Dein Alter war auch ein ziemlich harter Junge. Ja. Manche versuchen rauszukommen. Raus aus einer Welt, die zu gefährlich ist. Ich muss dir was sagen. Was ist denn? Ich bin schwanger. Ja? Ja! Es ist verrückt, wenn man alles geben will, aber nichts zu geben hat. Du kriegst bald ein Baby, aber willst nichts verdienen. Ich weiß, du hast ein paar Typen klargemacht. Wenn du Hunger hast, dann hab ich Arbeit für dich. Heute Abend noch. Ja, hör auf. Ja! Du bist genauso wie J.D. Ich will dich nie wiedersehen. Was hast du getan, Jaco? Dein Vater wollte alles für dich. Und jetzt hast du einen Sohn und versuchst es nicht mal. Wenn du all deine Tage und Nächte hast, um dein Leben zu verstehen, wo würdest du anfangen? Ihr Leben ist in your rearview. Ihr Leben ist in your rearview. cowork je報. 5-4-5-6. Vielen Dank.